Guten Tag, liebe Zuschauer. In unserer Reihe Moderne Lyriker treffe ich heute einen ganz besonderen Dichter, dessen Werke Sie so ziemlich sicher schon mal gelesen haben. Die Rede ist von Jakob Gottfried Leube. Schönen guten Tag, grüße Sie. Können Sie vielleicht exklusiv ein Gedicht aus Ihrer Feder für uns vortragen? Ja, ich habe gerade, ja, gerne. Barracuda 23, Sailing Crew. 1962, Origin. Jakob Gottfried Leube ist Textildichter. Er publiziert seine oft in englischer Sprache verfassten Gedichte auf T-Shirts und Pullovern. Das präzise Spiel mit Zahlen und Worten beherrscht er meisterhaft. Beach Club, British Columbia. Ultimate Getaway. California. Surf Contest Beach Club, 1994. Limited Brand, 63, Origin. Denim, Double Denim. Costa Rica. Triple Denim. 21 breiten Grad. Diving Expedition. Arctic Circle. Department Storage. Sailing Crew. Warum Textilien als literarisches Medium? Ja, heißt ja nicht umsonst Textilie. Und meine Textilpoesie umhüllt quasi die Leser in ihrem Alltag. Entschuldigung, ich bin ein riesen Fan Ihres Oeuvres. Was schätzen Sie an seinem dichterischen Gesamtwerk? Ah ja, wenn ich in meiner Gartenlaube sitze, da fühle ich einfach jedes Wort. C63, Takeover and Landing on Water, Great Barrier Reef, Australia. Ja, verstehe. Das bedeutet Abflug und Landung. Er ist für mich der Shakespeare der Freizeitbekleidung. Und wie finden Sie Ihre Muse? Also meine Inspirationsquellen sind Rainer Maria Rilke, Hemingway und die Landkarte mit allen US-Bundesstaaten. Auch andere bekannte Lyriker unserer Zeit sind bekennende Fans ihres Stoffs. Dieter Bohlen zum Beispiel. Ja, stimmt. Wir kennen uns von der Leipziger Tuchmesse. Da kam er zu mir und sagte, mega geil, das T-Shirt sieht ja aus wie ein Gedicht. Und ich dann so, ja, ist es ja auch. Und seitdem schmückt er sich gerne mit meinen Werken. Läube geht auch neue Wege. Nach Werken zum Thema Fernweh und Aktivurlaub widmet er sich auch anderen Sujets, wie Identität. Stay authentic, free spirit, positive nation, always original. Dankeschön. Diese Texte geben mir Orientierung und meine maskuline Virilität zurück. Der verwegene Weltumsegler, der auf Safari mit Löwen kämpft, das bin ich. Reisen Sie gern nach Kalifornien? Äh, nee, nee. Also im Urlaub bleibe ich eigentlich lieber zu Hause. Wir leben ja in dramatischen Zeiten. Da brauche ich geile Poesie. Oder darf man Poesie heutzutage auch nicht mehr sagen, wegen Po? Ja, ich sehe mich als modernen Prolet. Also Poet. Poet. Das war's mit dieser Ausgabe der TTT-Reihe Moderne Lyriker. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ey, ey, schreien Sie aber raus. Das machen wir nochmal. Ich habe Poet gesagt, nicht Prolet. Viele kritisieren an der ARD-Mediathek, dass die Bedienung angeblich schlecht ist. Und da kann ich nur sagen, Bedienung. Die Mediathek braucht doch keine Bedienung. Die ist eher ein Buffet. Man muss sich nehmen, was man will. Zum Beispiel hier oder hier. Man muss sich nehmen, movement, und ansprосто hinein. Ich sehe mich mehr, und meine Frage. Das war's mit dem Weg. Was ist espero. Das war's mit dem Weg. Vielen Dank.